Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einem sehr wichtigen Thema. Spitz die Ohren. Salam. So, Salam, wir sind jetzt live und bevor ich dich als Gästin vorstelle, haben wir eine ganz andere Frage, mit der wir anfangen. Und zwar, bist du Teetrinkerin? Ja, sehr gerne. Und was für einen Tee? Oh, am meisten trinke ich schwarzen Tee, aber ich bin allgemein, liebe ich Kräutertees und verschiedene Sorten, aber mein Favorit ist schwarzer Tee. Sehr, sehr schön. Eine spezielle Sorte, Marke oder irgendwas dergleichen? Nee, eigentlich nicht. Hauptsache Tee. Dann komme ich auch direkt zur Begrüßung, weil, ja, bin da selber jetzt gespannt, in welche Richtung das Gespräch ist. Wir haben Gülhanem Karadoman Cerkes, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, meine türkische Aussprache hat mich nicht enttäuscht diesmal, bei uns. Du bist, ja, was bist du eigentlich nicht, ist die Frage, ne? Du bist in vielen Bereichen unterwegs, in vielen Bereichen auch der islamischen Gemeinde, aber auch außerhalb, aktiv für verschiedenste Rollen, sowohl in deinen Kompetenzen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, Moscheevorständen etc. auch, bist selber Antigewalt- und Kompetenztrainerin, auch Paar- und Sexualtherapeutin und hast jetzt mit, also neben deiner Vorsitzentätigkeit im Begegnungs- und Bildungszentrum für Frauen und Familien, worauf wir wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen, dich, ja, mit deinem halben Jahrhundert, würde ich schon so sagen, an Weisheit und Erfahrung, weil du bald 50 wirst, dich auch entschieden zu studieren, ja, was ich extrem inspirierend finde, und zwar im Bereich der Sozialarbeit, wenn ich mich nicht irre, ja, machst du dort gerade deinen Bachelor, so spät ein Leben, Anführungszeichen für viele, würde man heutzutage sagen, weil man ja gehetzt wird, ja, Schule, Studium, Arbeit und so weiter und so fort, aber ich finde das extrem, extrem cool und spannend, deswegen danke, dass du da bist hier, Gülhanem erstmal und Salam alaikum. Aleikum salam, lieben Dank, ja, Alhamdulillah, ich habe vor einer Woche meinen Bachelor abgegeben und habe ja auch vor einigen Tagen die tolle Nachricht bekommen, dass ich bestanden habe. Alhamdulillah, genau, es ist nicht so einfach, natürlich, kurz vor 50, noch neben Familie, Alltag leben, Alltagsstress und den Ehrenamtentätigkeiten und auch die anderen Tätigkeiten, sowas zu erreichen, aber ich glaube, wenn man einen Willen hat und sich das gut einplant, schafft man alles oder fast alles. Wie gesagt, ich finde es super inspirierend, das habe ich sogar noch vergessen, vielleicht eine der Hauptrollen, ich meine, du bist ja auch, hast eine Familie, bist eine Mutter letztendlich auch, das heißt, da ist auch noch unglaublich ein Engagement drin, deswegen sehr, sehr schön zu sehen, dass so aktiv das noch ist und ich glaube auch gerade für die jüngere Generation, die den überwiegenden Anteil des Podcasts hier ausmacht, ist für nie, glaube ich, etwas zu spät, Nummer eins und zweitens, wenn man, ich sage, Feuer und Schlamme für gewisse Dinge, dann kriegt man das hoffentlich irgendwie unter einen Hut und deswegen freue ich mich hier heute mit dir sprechen zu können, aber jetzt umgekehrt sprechen wir wahrscheinlich über ein Thema, was jetzt wichtig ist, aber jetzt nicht so positiv konnotiert letztendlich ist, aber dafür umgekehrt eben, gerade denke ich mal, auch in unseren Kreisen irgendwo ein Tabuthema vielleicht ist, freue ich mich, dass ich dich hier begrüßen darf, weil wir rund um das Thema häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen sprechen möchten, ich meine, da bist du ja auch geschult und ich glaube sowohl ehrenamtlich aktiv, du bist auch Vorsitzende in deinem Verein, vielleicht gibst du mal nur einen Abriss rund um, was du eigentlich erstmal machst an Aktivität in diesem Bereich und dann gehen wir mal speziell vielleicht in die Thematik rein. Ja, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast für so ein wichtiges Thema, es wird einfach zu wenig darüber geredet, deshalb bin ich das besonders gut, dass man recht früh damit anfängt, darüber zu sprechen, das sich bewusst zu machen, was wir machen bei BBF, Begegnungsbildungszentrum für Frauen und Familien, da bin ich die Vorsitzende, 2019 wurde das gegründet von verschiedenen Frauen aus verschiedenen Kulturen und Religionen und für uns war es wichtig, dass wir bei Entscheidungen in der Gesellschaft mitentscheiden, mit uns einbringen, sei es gesellschaftlich, politisch, sozial, dass wir unsere Rechte auch fordern und auch mit anpacken und da was machen. Häustische Gewalt war ein kleines Thema, was ich mit dem Verein auf die Agenda gestellt habe, eigentlich wollten wir eher Frauen empowern, Familien empowern, Weiterbildungen machen, schöne Sachen machen, Feste gemeinsam, aber auch voneinander lernen und für mich ist es immer gut oder wichtig, dass man sich weiterbildet und auch weiterentwickelt. Nun haben wir einen Baustein häustische Gewalt oder Beratung in häustische Gewalt angeboten, wo ich gemerkt habe, oh Gott, da ist der Bedarf so hoch und das ist total in den Vordergrund gekommen, dass ich überwiegend jetzt nur noch was Anfragen oder Interviews über häustische Gewalt erzähle. Ich habe das ehrenamtlich vor Jahren gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass ich das im Verein mache, ich das seit 2019, aber dadurch, dass ich in verschiedenen Vorständen, auch in Moscheevorständen vorher war, habe ich damit schon, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren schon angefangen, wenn ich an meine Jugend denke, noch früher, weil diese Themen waren auch in meiner Jugend ein Thema, in meinem Umfeld, in der Gesellschaft ein Thema und ich habe das Gefühl, ich bin immer in diesem Bereich aktiv gewesen, bewusst oder unbewusst. Und dann würde ich vielleicht hier einsteigen mit einer ersten Frage, weil ich meine, du sagst ja gesagt, Frauen aus verschiedenen Kulturen, die da auch zusammenkommen und dann kann ich mir auch vorstellen, allgemein, ja, das Verständnis von Gewalt und wo fängt Gewalt eigentlich an und auch dann das Verhältnis zwischen Frauen und Männern letztendlich, das ist ganz unterschiedlich und passt wahrscheinlich in einem Land, wo Deutschland, wo viele Kulturen dann zusammenkommen, auch aufeinander, viel Unverständnis, viel Tabu, viel unter den Teppich sozusagen kehren. Wollte ich mal fragen, gibt es überhaupt eine Definition, wo Gewalt, schrägstrich häusliche Gewalt anfängt, wo sich viele Frauen vielleicht gar nicht erst bewusst sind, dass das so Punkte sind, die eigentlich nicht normal sind, formulieren wir das mal so. Ich weiß nicht, ob es da so eine Definition gibt oder so diese klassischen Fälle, die man quasi sich einfach nur, weil man dran gewöhnt ist, über sich ergehen lässt. Also Gewalt fängt wirklich im Alltag an, in vielen Bereichen, eigentlich fängt das schon in der Kindheit an, es gibt auch schon leider Gewalt, aber eine Definition erstmal von der WHO und UNICEF umfasst halt Gewalt, umfasst Verhaltensweisen mit der Absicht oder in Kaufnahme jemand anderen zu schädigen, also ob es absichtlich oder unbewusst ist, jemand anders etwas zu tun, da beginnt schon Gewalt, ja. Und Gewalt beginnt ja in verschiedenen Bereichen, man kann verbale Gewalt, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, soziale, ökonomische halt, also in der, es ist überall da, es ist egal, welche Schichten man kommt, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man es weiß, sehr oft wurde gedacht, Gewalt ist in Schichten, die nicht gebildet sind, so ist es nicht, es gibt auch Gewalt in gebildeten Familien und in ganz verschiedenen Familien. Und wo beginnt Gewalt? Ich glaube, wenn man jetzt auf die Kinder guckt, ist es halt einfach so Grundbedürfnisse, ja, Sicherheit, Respekt, körperliche Unversehrtheit, emotionale Gewalt einfach, dass man dem Kind die Liebe nicht schenkt oder die Zuneigung nicht schenkt, das ist auch schon Gewalt, ja. Oder leider gibt es auch Fälle, wo Kinder bestraft werden, kein Essen kriegen, das ist auch schon Gewalt. Manchmal ist das einem gar nicht so bewusst, wenn man Kinder mit bestimmten Sachen bestraft und diese Kinder, wenn sie erwachsen werden, das immer noch im Unterbewusstsein tragen und dadurch andere Sachen hervorkommen. Und in der Partnerschaft, sage ich mal, ist es nochmal anders, halt, aber auch so Grundbedürfnisse, Probleme, kommt darauf an, ob man verbale Gewalt, wenn man Witze macht über den Partner, über irgendwelche, ist auch schon Gewalt. Oder in der Öffentlichkeit, es gibt ja auch nochmal strukturelle, in der Öffentlichkeit die Gewalt, wenn man über Menschen, also der Blick, ein komischer Blick, ist ja auch nochmal psychische Gewalt. Wenn junge Mädchen sagen, sie sind in der U-Bahn und mit Kopftuch und die Leute gucken sie an, halt nicht normal, sondern halt schief oder machen irgendwelche verbalen oder rhetorischen Äußerungen, ist ja auch schon Gewalt. Ja, es ist, es kann man wirklich im Alltag, ist überall Gewalt, leider. Und deshalb ist es noch mehr wichtig, dass man darüber redet und es bewusst wird, wo beginnt Gewalt, was mache ich? Jeder von uns macht Gewalt, leider, bewusst oder unbewusst. Und wie schränke ich den anderen gegenüber in seiner Freiheit? Ich glaube, das ist ein guter Einstieg, weil dadurch, wie du gesagt hast, vielen es ahnlich bewusst ist, dass man auch selber daran beteiligt ist eigentlich und konstant eigentlich darauf aufpassen sollte, dass man niemandem anderen etwas zufügt letztendlich. Und dann auf der anderen Seite aber auch, wenn man nicht bewusst durchs Leben geht, man diese Dinge letztendlich einfach, ja, passieren lässt. Und kann ich mir vorstellen, dass der Großteil solcher Angelegenheiten eben nicht anzusprechen sind, weil man a, selber darüber nicht Bescheid weiß, weil man sagt, okay, das lohnt sich jetzt nicht, da irgendwie zu intervenieren. Oder auch auf der anderen Seite, weil man denkt, man darf nicht intervenieren, man darf nicht aufsprechen, man darf sich nicht verteidigen. Und ich wollte dich fragen, gibt es da so klassische Faktoren, jetzt gerade im häuslichen Bereich zwischen Partnern beispielsweise, zwischen Mann und Frau, die dann ab einem Punkt, selbst wo die Frau jetzt beispielsweise oder auch der Mann bemerkt, hey, das ist gerade zu viel, aber dennoch nicht intervenieren möchte, sei es jetzt intern mit dem Partner zusammen oder auch vielleicht sogar extern Hilfe zu suchen. Was ist so, vielleicht gibt es da so Hauptgründe oder Hauptfaktoren, die einen dazu hindern letztendlich? Also ich denke, da gibt es ganz viele Gründe. Es ist auch individuell, wer wie ist, aber alleine schon, ich würde erst mal so beginnen, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, wie viele Leute an Gewalt oder wie viele Frauen Gewalt erleben. Ich muss dazu sagen, es erleben auch Männergewalt oder Kindergewalt, das darf man nicht vergessen, wir reden immer von Frauengewalt. Und ich wurde schon von einigen Männern auch angesprochen, die gesagt haben, naja, es gibt auch Frauen, die gewalttätig sind. Es ist leider auch so, dass es auch Frauen gibt, das sollte man auch nochmal im Hinterkopf behalten. Und bei den Frauen, bei häusliche Gewalt bei Frauen, es ist krass, jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Leben psychisch oder sexuelle Gewalt betroffen. Das muss man erst mal sich vorstellen. Es ist so viel und deshalb ist es noch mehr wichtig, darüber zu reden, denke ich, und bewusst zu machen. Und jetzt in den Partnerschaften, wenn man darauf hingeht, warum es passieren kann und wie das ist, ich glaube, das ist wirklich individuell. Und warum die Familien nicht stoppen oder irgendwo hingehen, ich kann aus meinen Erfahrungen jetzt sagen, manche Frauen lieben den Partner, haben das nie gelernt, unterdrücken diese Gefühle und sagen, ja, er hat das jetzt gemacht und das war schlecht und fühlen sich auch noch schlecht, ja. Es gibt so mehrere Sachen. Einmal ist es halt so, dass sie sich schlecht fühlen, weil manche Männer auch bewusst der Frau die Signale geben, naja, du hast dich so benommen oder du hast das und das gemacht, aus dem Grund bin ich explodiert. Dass sie in diese Opferrolle, diese Frauen stecken, dass die Frauen dann aus dieser Opferrolle erstmal nicht rauskommen und irgendwann selber sagen, ja, es war meine Schuld, vielleicht hätte ich anders reagieren müssen und den Mann entschuldigen. Manche Frauen trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, was für Rechte, was für Möglichkeiten es gibt. Manche Frauen, beziehungsweise vielen Frauen ist es auch unangenehm, ist es ja auch ein Tabuthema zu sagen, sehr beschämend zu sagen, mein Mann übt körperliche oder sexuelle Gewalt oder andere Gewaltformen. Manche haben alle Gewaltformen erlebt, hatte ich auch schon Beratungen oder viele Beratungen leider. Und ich glaube, ganz wichtig für mich ist halt, dass ich aus meinen Erfahrungen sehe, das ist das A und O, dass die Familien ihre Kinder so erzielen, dass sie wissen, dass Gewalt keine Lösung ist und wenn Gewalt passiert, dass sie auch die Familie hinter sich haben und mit der Gewalt auch umgehen können. Es wird leider in unserer Gesellschaft, glaube ich, den Kindern in der Erziehung einfach klar zu machen, du bist nicht schuld, wenn Gewalt passiert. Ja, dass sie nicht in diese Opferrolle kommen und dass man da ist für die Jugendlichen, wenn was passiert. Ich glaube, das ist ein generelles Thema. Also wie du sagst, diese Offenheit und diesen Raum zu schaffen, diese Themen überhaupt ansprechen zu können, ohne da eben mit Angst jetzt reinzugehen und sagen, okay, ich werde jetzt dafür sogar noch bestraft, das angemerkt zu haben, nur weil ich Hilfe suche, obwohl ich das Opfer bin letztendlich und nicht irgendwie, ich weiß nicht, der Partner oder wie noch immer, den ich dann beschämere. Natürlich ist dann die Differenzierung, ja, gewisse Dinge, die passieren, zwischenmenschlich, weil wir Menschen einfach so wahrscheinlich geneigt sind, gerne zu streiten oder gewisse Punkte anzumerken. Und dann kann man Sachen intern versöhnen. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint, sondern eben Sachen, die ganz klar eine Grenze überschreiten, wo sogar da schon, ob es jetzt körperlich ist oder andere Angelegenheiten, tatsächlich man wahrscheinlich fünfmal überlegt, wenn überhaupt, bin ich einfach nicht lieber still jetzt, damit ich die ganzen anderen Sachen auch nicht über mich ergehen lassen muss, wie jeder denkt und im schlimmsten Fall sogar meine eigene Familie über mich denkt plötzlich oder traue ich mich jetzt wirklich heranzugehen. Ich hätte jetzt als nächsten Punkt, ich meine, du bist ja da auch, hast ja deine eigene Erfahrung gemacht, hattest sozusagen die Möglichkeit, mit Menschen darüber zu sprechen, über diese Themen und ihre Probleme. Wie sieht so ein Prozess jetzt aus, sagen wir mal, jemand hat sich jetzt den Mut gefasst, das zumindest auszusprechen, Hilfe zu suchen und sage ich jetzt über den Verein oder Freunde, Familie, wen auch immer, einfach jetzt sozusagen das Gespräch zu suchen. Wie sieht es bei dir zumindest aus, dieser Prozess einfach, wenn Leute auf dich zukommen und jetzt sagen, hey, ich habe da ein riesiges Problem oder vielleicht sich auch gar nicht ausdrücken können und du musst erst mal herausfinden, was das Problem ist? Ja, also die meisten kommen zu uns über Empfehlung oder sie kennen mich. Total interessant sind Menschen, die mich von früher von meiner Jugend kennen und das war in einem Fall oder in zwei Fällen sogar so, dass sie gesagt haben, oh, wir haben deinen Post gesehen und jetzt haben wir Kraft geschöpft und wollten mit mir reden. Also dieser Prozess, dass sie zu uns kommen oder uns anrufen oder den Mut nehmen, irgendjemandem was zu sagen, ist schon mal sehr, sehr schwierig für viele Frauen, aber auch für Männer, glaube ich. Dadurch, dass ich überwiegend Frauen berate und weniger Männer habe, kann ich jetzt überwiegend auch über die Frauen oder die Erfahrungen sagen, dass es für die Frauen sehr schwierig ist. Das Erste ist erst mal Vertrauen zu gewinnen bei den Frauen, dass sie wissen, alles, was sie erzählen, ist in Sicherheit bei uns. Es wird nicht rausgeplaudert. Es ist sehr wichtig für sie. Es ist, dass man das total neutral sieht, sie nicht beschuldigt. Leider wird auch manchmal gesagt, naja, dann versuch da mal irgendwie, mit deinem Mann darüber zu reden und es wird schon und so, dass man das einfach so einfach redet und als wäre nichts. Das ist ganz schwierig für die Frauen, dass man auch sagt, okay, das ist schon was Schlimmes, dass man sie unterstützt. Bei jedem ist es ganz anders. Jeder hat andere Bedürfnisse oder andere Gründe, warum sie dann sich zusammennehmen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal zu einer Beraterin und es ist auch individuell, dass die Leute zu uns kommen oder wir gucken, wo wir uns treffen können, weil wir ja im Moment leider keine Räume haben, den in einem geschützten Raum trotzdem zu sprechen und je nach Möglichkeiten, Bedürfnisse oder was gebraucht wird, entscheiden wir, wie die Schritte sind. Es kann sein, dass wir sagen, okay, wir gucken mal, dass wir die Frau empowern und stärken, ihre Rechte, ihre Möglichkeiten, gesetzlich auch, dass wir sie da unterstützen. Es kann aber auch sein, in einem Fall war das so, dass wir sagen, okay, das geht so nicht, du bist in eine lebensbedrohende Situation, wir müssen zur Polizei gehen und dabei gleiten wir diese Frauen dahin. Also es ist immer unterschiedlich. Man kann nicht sagen, es gibt so eine Regnung und dann machen wir das, sondern je nach Bedürfnissen, je nach, ja, wo die Frauen stehen, was für Wünsche sie haben, handeln wir. Man darf aber auch nicht vergessen, das ist auch die Professionalität für mich und das ist ganz wichtig, solange die Frau es nicht möchte, kann man auch nichts machen. Also die Frauen müssen selber es auch wollen. Es geht nicht, das höre ich von manchen Frauen, sie gehen zu einer Beratung und dann heißt es ja, okay, dann musst du dich von deinem Mann trennen oder du musst das machen, nicht überall, aber es gibt leider auch solche Beratungsstelle, wo die Frauen einfach überfordert sind, weil die aus der Kultur, aus der gesellschaftlichen Situation sowas gar nicht, diesen Schritt gar nicht gehen wollen und das ist ganz wichtig, dass man schaut, wo steht die Frau, was möchte sie, und wie können wir sie unterstützen, in welchen Bereichen. Und jetzt hast du auch am Anfang gesagt, also dieses, dass man überhaupt dann diese Hürde überhaupt überwinden, das kostet extrem viel Kraft und Energie und da scheitern schon die meisten. Ich meine, du hast jetzt einen Verein, das heißt, du kennst auch ein bisschen die institutionelle Sicht daraus, ich kenne wahrscheinlich die Antwort, aber einfach trotzdem, um das klar zu machen, vielleicht kannst du so einen Umriss geben, und zwar, glaubst du, dass einfach gesellschaftlich und politisch allgemein in Deutschland, egal jetzt in welchen Kreisen, einfach hier zu wenig gemacht wird, weil, du hast erwähnt, Freunde aus der Kindheit oder ähnliches aus der Schule, die haben Post gesehen, das heißt, je offener man darüber spricht und je mehr solchem man Räume eigentlich bietet, umso eher kann man zumindest, vielleicht nicht das Symptom, dass Gewalt überhaupt ausgeübt wird, aber die Behandlung dessen entsprechend fördern und dort unterstützen. Glaubst du einfach, dass das grundsätzlich einfach nicht genug auf dem Schirm ist und nicht gefördert wird, weil, um ehrlich zu sein, in meinem Alltag, natürlich möchte man nicht die ganzen negativen Themen behaftet werden, aber zumindest, ich kann auch daran liegen, dass es einfach meine Blase ist als Mann letztendlich, das ist gar nicht auf dem Schirm. Wenn du sagst, jetzt jede dritte Frau in Deutschland erfährt Gewalt in einer Form und wahrscheinlich sind das auch nur so die Statistiken, die man irgendwie erfasst und die Schwarzzahlen sind dann immer ja höher, weil man die Falle ja gar nicht mitbekommt. Ja. Also woran denkst du oder woran liegst du, dass es liegt, dass es in der Gesellschaft gar nicht so thematisiert und unter den Teppich gekehrt wird? Was könnte man eigentlich oder was sollte man mehr machen? Also ich glaube, man sollte schon, natürlich ist es negativ behaftet, ist natürlich nicht schön und in manchen Fällen bin ich auch so an meinen Grenzen, sage ich mal, in dem Sinne, dass einfach einem die Hände gebunden sind, dass man nicht helfen kann, so wie man will, weil es gesetzliche Probleme gibt oder halt andere gesellschaftliche Probleme und die Frauen gar nicht bereit sind, aus bestimmten Situationen rauszugehen, auch wenn man weiß, das ist eigentlich das Beste. Das ist das Letzte, was man machen will, glaube ich, als Berater oder selber als Familienmutter, dass man sagt, okay, diese Leute sollen sich trennen, aber es gibt Situationen, wo man merkt, oh Gott, die hat ja alle Gewaltformen und erlebt alles Mögliche und hat alles und der Mann hat sie hoch verschuldet, wo man sagt, okay, jetzt überleg dir, ob du das jetzt machst, dass du jetzt dich trennst oder willst du dein Leben noch 30 Jahre so weiterleben? Das ist nicht einfach erstmal, das ist natürlich klar, dass es sehr, sehr schwierig ist manchmal, aber desto wichtiger ist es für mich, wo ich sage, ja, wir müssen auch dann öfters darüber reden, öfters die Menschen stärken, Menschen auch, Frauen und Männer und Kinder, nicht einmal im Jahr, wenn häusliche Gewalt, Gewalttage sind, sondern einfach bewusster den Frauen sagen halt, es gibt die Möglichkeit, man muss es, es muss ja auch nicht richtig schlimm werden, bevor man den Schritt wagt, sondern auch am Anfang, dass man einfach mehr darüber redet, kann es auch positiv machen, und dass man sagt, wie kann man Menschen empowern, bevor zu so großen Gewaltarten kommt, wenn man nur verbale Gewalt erlebt, wie kann man gucken, dass man besser miteinander kommuniziert, miteinander besser umgeht, da könnte man ja auch über Gewalt sprechen und die Frauen und Männer empowern. Und in der Gesellschaft, denke ich, ist es so schambehaftet und sowas Negatives, dass dann auch die Frauen sich nicht trauen, was zu sagen. Wenn wir einfach das so ein bisschen neutralisieren, und sagen, ja, es passiert überall, es kann passieren, auch wenn es nicht schön ist, aber trotzdem gibt es Beratungsmöglichkeiten und auch kultursensible Beratungsmöglichkeiten. Das ist ja auch ein Thema. Hast du aber das Gefühl, jetzt aus der, ich sag mal, platt ausgedrückt, aus der Politik, wird dieses Thema genug gefördert? Weil du sagst, einen Tag dafür zu haben, der dann darauf aufmerksam hat und dann hat man schöne Programme und dann gibt es vielleicht auch staatlich geförderte, quasi Anlaufstellen, in Anführungszeichen, aber ist das ausreichend? Ich glaube, es ist nicht, nein, ich glaube nicht, ja, es ist auf keinen Fall ausreichend. Ich habe das mal recherchiert und da bin ich auch darauf ausgesprochen, das wurde wohl auch bemessen von Frauenvereinen, Bündnis Istanbul-Konvention ist ein Frauenverein, das Mehrheit Organisationen gestärkt und Beratungen stattfinden müssen. Es ist einfach nicht genug und wenn man überlegt, so von der Zahl, von der Statistik her, es sind, 2017 wurde diese Statistik gestellt, 360 Frauenhäuser, jährlich sind schutzsuchende Frauen, 34.000 und aber Plätze in den Frauenhäusern, sind knapp 7.000, ja, 2019 wurde das verfügungstellte Frauenhäuser, sind nur 7.000, aber es sind 34.000 schutzsuchende Frauen und Kinder, so, es ist so krass, als ich diese Statistik ausgesucht habe und Bundesministerium für Familien, Senioren, Jugend, die haben insgesamt 2019 141.000 Menschen in der Paarbeziehung, in Gewalt erlebten Paaren festgestellt, es kann einfach nicht genug Beratungsstellen geben, glaube ich, aber was mir einfach fehlt, was ich einfach als Feedback von vielen Frauen auch bekomme, dass es kultursensible, muttersprachliche Bereiche geben müsste und da müssten auch kleine Vereine wie wir oder andere kleine Vereine gefördert werden, nicht nur die großen Vereine, die eigentlich bekannt sind und unterstützt werden, weil Frauen suchen sich ja auch Leute, die sie kennen, ja, deshalb denke ich, auch in Moscheen, viele gehen in den Moscheen und da sind nicht unbedingt professionelle Unterstützung, weil der Imam macht ja nicht professionell soziale Arbeit und Beratung, sondern er hat tausend andere Sachen und macht das auch noch nebenbei und ich glaube, da muss man wirklich viel mehr geschultes, professionelles Personal unterstützen. Bin ich völlig bei dir und ich würde auch, jetzt hast du das Thema angesprochen, kultursensible Angebote schaffen, diesen Schwenker jetzt zu machen in, sage ich mal, den überwiegend islamischen Kulturen und die da quasi in dem Kontext im Migrationsgrund haben. Ich gehe mal da jetzt naiv an die Sache ran, weil das, was ich gehört habe, das war ja davor allgemein eher auf das Thema häusliche Gewalt und die Themen, die sozusagen überall passieren und sowohl in verschiedenen Schichten, sowohl in ärmeren als auch reicheren etc. kommt, ist das einfach Thema. Jetzt gehe ich aber zurück und überlege und denke mir aus einer islamischen Perspektive, so wie ich das zumindest wahrnehme, weil die Angebote, die man schafft, die sind ja dann nur zur Behandlung der Symptome, wenn es schon zu spät ist, wenn passiert ist, wenn Gewalt angewendet wurde und im Optimalfall hat man dann eigentlich auch Programme oder fängt man relativ früh in der Erziehung an, dass man überhaupt weiß, dieses Bewusstsein, Gewalt so wenig wie möglich anzuwenden, weil das einfach dem Gegenüber, gerade in einer Partnerschaft, so sehr schaden kann und auch wird und es auch tut, wie wir es heutzutage in den Statistiken sehen. Die Frage ist jetzt, du hast eben einen Begriff nämlich genannt, dieses Vertrauen, dass man, wenn man zu euch zum Beispiel kommt, diesen Raum des Vertrauens schaffen muss, gerade auch, weil dann wahrscheinlich umgekehrt, wenn man jetzt im Kontext der heutigen Gewalt spricht, mit dem Partner gegenüber, dieses Vertrauen dann einfach nicht mehr hat, weil durch diese Gewalt das Ganze so sehr gebrochen ist und man sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der Lage führt, mit dieser Person dieses Gespräch aufzunehmen und dann irgendetwas zu lösen. Und ich finde das so, bereichend man wird deine Sichtweise drauf sehen, weil ich hätte eigentlich die Empfindung, wenn alles richtig läuft oder ideal läuft, sind diese Charaktereigenschaften zumindest, die unsere Religion lehrt, der Ankerpunkt, um so etwas zum Funktionieren zu bringen beziehungsweise gar nicht in diese Richtung zu bringen, ob wir jetzt auf die Aussagen des Propheten des Ha'isalam schauen oder andere Grundsätze unseres Glaubens, die gerade, also es gibt immer auch, wenn man jetzt von dem Thema Sünden und so weiter spricht, sagt man ja immer, die Sünden, die nur dich selbst betreffen, da hat man immer die Hoffnung, dass Gott Allah einem verzeiht, weil das ist nur auf sich selbst betroffen, man sollte insbesondere vorsichtig sein, wenn man jemand anderes Unrecht tut, weil die werden irgendwann mal ihr Recht einfordern und auch bekommen. Und wie schwerwiegend ist das dann zum Beispiel in einer Ehe? Und all diese Faktoren, die jetzt in meinen Kopf spielen, wo ich mir denke, im Idealfall müsste eigentlich alles super laufen. Aber mein Eindruck ist ja, und da würde ich jetzt deine Sichtweise sehen, ist nicht nur, dass es nicht gut läuft und das vielleicht mehr oder weniger sogar mit Füßen getreten wird, diesen Charakter, die diese Religion eigentlich ausbilden sollte bei uns, das Thema an sich noch schlimmer wird unter den Teppich eher gekehrt und auch noch weniger darüber gesprochen und teilweise sogar krude, wie du sagst, Beratungen geben, wenn die mal jetzt in verschiedene Räume kommen und dann heißt es eher, ja ist doch vielleicht nicht so schlimm. Das ist jetzt nur mein erster Eindruck und du bist da sicherlich näher drin, deswegen korrigiere mich da oder bestätige das gegebenenfalls auch, was dein Eindruck ist. Nee, ganz toll, du hast echt toll auf den Punkt gebracht. Ich würde einfach mit einer kleinen Anekdote erzählen, anfangen. Also ich glaube, es ist wirklich nicht nur bei Muslimen so, es ist in der Gesellschaft ein Problem. auch bei Christen ist es genauso, wenn man in so bestimmten Gebieten kommt. Dadurch, dass ich auch mit in der Sozialarbeit in einer katholischen Hochschule studiert habe und mit anderen auch darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, oh, es ist nicht nur bei uns so und das fand ich, ich habe das zwar immer gehört, aber das war nochmal eine Bestätigung, als ich das von einer anderen Dame gehört habe, die gesagt hat, nee, ich bin in Brandenburg in einem kleinen Ort und da sieht es nicht anders aus, ja. Und wichtig ist, wie gut leben wir unser Glaube. Ich bin jetzt keine Imamin und würde auch jetzt nicht irgendwie in einem religiösen Bereich was sagen, aber so allgemein von dem, was ich gelernt habe und von meiner Person in unserer Gesellschaft, ich glaube, leider ist es eher so kulturell bedingt, gar nicht religiös. Ich glaube, wenn wir alle, ich nehme mich da auch mit rein, unsere Religionen so leben würden, würden bestimmte Sachen sowieso nicht passieren. Eine kleine Anekdote, wo ich eigentlich, als ich den Verein gegründet habe, eine Frau kam zu mir in meinem, von meinen muslimischen Communities und sagte, wie ich dazu komme oder warum ich das mache, dass ich häusliche Gewalt berate und ob ich die Frauen irgendwie dazu ermutigen will, sich zu trennen. Und als ich eine Geschichte erzählt habe, dass eine Frau ohne Grund 30 Jahre Gewalt erlebt hat und aus einem anderen Bundesland hierher geflüchtet hat und sie ohne Grund und die Kinder auch das erzählen, hieß es, ja, sie soll doch versuchen, damit irgendwie klarzukommen und so. Wo ich gedacht habe, und du bist als Muslim, sagst du mir das und was wäre denn, wenn das dein Kind wäre? Dann hieß es, nein, um Gottes Willen, hör auf damit. So, wenn es unser eigenes Fleisch und Blut ist, ist es schlimm. Aber wenn es irgendjemand aus der Community ist, aus der Gesellschaft ist, ist es nicht so schlimm. So, das ist, finde ich, erstmal ganz wichtig ein Punkt. Das hat mir nochmal klargemacht, dass ich gesagt habe, nee, nicht nur meine Community, alle Menschen, alle Frauen sind unsere Frauen und wir müssen für alle Frauen, auch in christlich, muslimisch, es gibt überall diese Probleme und wir müssen für alle da sein. Das war für mich sehr wichtig und auch so ein Aha-Effekt. Aber nochmal für uns jetzt, für unsere Communities, in unseren muslimischen Communities, ich glaube, es ist leider auch immer, es ist auch erwiesen, wo in einer Studie, dass migrantische Familien, leider, es ist auch, finde ich, peinlich, aber es ist so, wie es ist, dass mehr Gewalt gelebt wird oder mehr Frauen Gewalt erleben und desto wichtiger, finde ich es, dass wir in unserer Gesellschaft, in unseren Communities mehr darüber reden, mehr darüber uns unterstützen und ich glaube, es fängt schon ganz früh ein an, dass Kinder in ihrer Erziehung so groß werden, dass sie einfach ein Selbstwertgefühl, ja, dass man sie empowert und sagt, naja, du bist was Besonderes und dein Körper ist was Besonderes, Allah hat uns so erschaffen, als Mensch, einzigartig und wertvoll, alleine diese banal vielleicht im ersten Moment, aber diese wichtige Information, dem Kind zu geben, ist auch in der Ehe halt wichtig und auch aus diesen Strukturen rauszukommen und zu sagen, Mann und Frau, der Unterschied, der ist höher oder der ist nicht höher, da nochmal ein Bewusstsein zu geben, dem Kind, dem Sohn und der Frau, ich glaube, das sind wichtige Punkte, dass man die Frau genauso wertschätzt als Ehepartner wie den Mann und das sollten wir in unsere Kindheit unseren Kindern geben, ich habe drei Mädchen, deshalb ist es für mich nochmal, dass ich sage, okay, ich muss meine Mädels stärken, bin nicht die Herausforderung, in der Herausforderung, einen Sohn groß zu ziehen und da auch dem Sohn das zu geben als Frau, weil häufig ist das ein Problem, dass er auch genauso wertvoll ist wie eine Frau und die Frau genauso wertvoll ist wie ein Mann. Das ist ganz wichtig, glaube ich und leider wird ganz oft halt in unseren partischalischen Systemen in Familien nochmal das nicht so rübergegeben, also rübergebracht und das finde ich halt einfach sehr wichtig und es kann immer zu einer, also nicht immer, aber es kommt häufig zur häuslichen Gewalt in Familien bei Veränderungszuständen und wenn die Menschen diese Gewalt in sich haben beziehungsweise in der Familie oder um sich haben, kann das so bei Veränderungen in, sei es finanzielle Veränderung, Arbeitslosigkeit, Trennung, Schwierigkeiten, Kind kommt auf die Welt, immer wieder auch vorkommen, ja, es gibt so Situationen und Etappen, wo halt die Menschen eher zur Gewalt neigen, ja, bei Veränderungen. Sollten Leute, glaube ich, mich auch nicht missverstehen, dass man die Religion lernt und andere Sachen lernt, den Koran lernt, aber ich habe das Gefühl, diese Grundbedürfnisse oder diese Werte als Mensch dem Kind zu geben, das kommt einfach sehr, sehr kurz oder das Selbstgefühl, das kommt einfach zu kurz bei den jungen Leuten. Ich hatte das letztens erst eine Folge dazu aufgenommen, auch wo ein Vater, jetzt je nachdem, wann die Folge, welche Folge zuerst rauskommt, quasi darüber steht, er sagt genau das Gleiche, dass wir haben halt dieses Phänomen, wo Leute halt mit der Religion verknüpfen, geh sonntags in die Moscheeschule, lerne den Koran auswendig, hab die Regeln, weiß wie du zu beten hast, etc., aber die ist individuelle und die Person dahingehend zu stärken, von sich aus zu glauben und von sich aus dann motiviert zu sein, von sich aus quasi diesen positiven Stolz dann auch zu haben, sich selber zu kennen, seine Religion zu kennen und all die Punkte und diesen individuellen Ansatz dort, der kommt deutlich zu kurz, weil wie du sagst, die Leute haben dann gar nicht dieses Selbstwertgefühl und gerade in der heutigen Zeit mit Internet und allem drumherum, wo das Ganze auf einen einprasselt, herrscht so viel Verwirrung letztendlich. Ich fand auch diesen Punkt schön, wo du meintest, es gibt diese Statistik, wo gerade aus migrantischen oder auch vielleicht islamischen Kulturkreisen, dieses Problem einfach vorherrscht und wir dazu neigen, gerade weil wir das nicht vielleicht wollen, gerade weil wir vielleicht kein gutes Selbstwertgefühl haben, sagen, nein, wir wollen jetzt nicht noch ein Problem auf unsere Schippe nehmen, wir in diesen Teufelskreis geraten und nicht sagen können, hey, das ist Schrott und eigentlich müssen wir das ganz anders machen und wir haben auch die Werkzeuge, das anders zu machen und das ist auch so verankert in unserer Religion und lass uns das doch lösen, das ist doch ein positiver Ansatz oder ein konstruktiver Ansatz, hier voranzugehen, aber stattdessen verfallen wir da rein und dann kommen, wie du gesagt hast, noch die Änderungsfaktoren, die das nochmal bestärken, Leute sind geflüchtet, Leute kommen aus Kriegsgebieten, Leute kommen aus grundsätzlich ärmeren Schichten und so weiter und haben auch selber Gewalt erlebt auch und das macht mit einem ja etwas. Und dann bist du in diesem Teufelskreis und dann fehlt dieses kultursensible Angebot letztendlich und dann kommst du dann auch nicht mehr da raus. Es sei denn, man macht einmal diesen Bruch und sagt, schau mal, das ist jetzt da und wir können es lösen. Also lasst uns auch lösen anstatt jetzt einfach, weil das ist ja auch noch vielleicht wichtig zu erwähnen, es geht hier auch nicht darum, um, ich weiß nicht, so grundlegende, weil kann ich mir vorstellen, dass manche Zuhörer oder andere, das durch den Kopf geht, so, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich oft genug gehört, würde mich nicht wundern leider, dieses, alles Feminismus und ihr versucht irgendwelche Sachen auf den Kopf zu stellen und so, die dann auf einen passeln. und das Interessante ist ja, ich kann ja verstehen, dass wenn man in gewissen Bereichen diskutiert und debattiert, ja, aber wir reden auch teilweise von sehr, sehr klaren Fällen, wie du das eben geschildert hast in deiner Anekdote, wo Leute einfach eine Sache über sich ergehen lassen müssen, die nicht sein müssen. Also da gibt es auch gar keine Diskussion drum herum. Also es macht mich auch traurig, wenn ich dann junge Mädchen bei mir habe, die nicht Muslime sind und aber mit muslimischen Partnern zusammen sind und dann heißt das, ich darf das, weil meine Religion das mir erlaubt, was nicht stimmt und da kriege ich echt einen dicken Hals, wo ich denke, warum muss die Religion so in den Dreck gezogen werden und das damit begründet werden und ich stehe davor, der Dame zu erklären, nein, das ist in unserer Religion überhaupt nicht so, er darf einfach das und das nicht machen und das ist einfach no go so. Ich will da jetzt gar nicht tief reingehen, aber es ist wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft. Mir ist es auch unangenehm um zu sagen, ja, migrantische Familien haben mehr Gewalt, es ist traurig und unangenehm, aber es ist so, ich kann ja nicht das wegreden, es ist da und weggucken und genau diese Fehler sind jahrelang getan, dass wir weggeguckt haben und nicht hingeguckt haben und ich glaube, wir müssen hingucken und gucken, wie können wir das in Gutem lösen und was ganz wichtig ist, was du vorhin auch erzählt hast, was mich nochmal zu einem Punkt gebracht hat, in der Entwicklungspsychologie ist es ja auch wichtig, dass man bei dem Kind diese Schuldgefühle nicht gibt und ich muss sagen, das ist unsere Generation, ich bin ja ein bisschen älter als du, in meiner Generation, in vielen Häusern oder Familien war es auch so, also wenn du das nicht machst, dann wird Gott dich bestrafen und diese falsche Erziehung jahrelang, wo ich gedacht habe, ja Gott will mich bestrafen, hat mich Gott nicht lieb, dabei ist unsere Religion eine friedvolle und liebevolle Religion, dass man das einfach umpult und viele machen das, Alhamdulillah, viele junge Leute machen das, man sagt, Gott liebt dich so sehr, wenn du das tust, wird dich Gott noch mehr lieben und noch mehr beschenken und das hat man ja auch nochmal in die Ehe mitgenommen, viele von uns und es ist auch so, wenn ich das jetzt sage und mein Partner hat Gewalt, dann wird er mir die Liebe entziehen, das sind so wirklich sehr tiefgreifende Punkte, wo man glaube ich stundenlang darüber reden kann und da beginnt das schon, dass man dem Kind nicht diese Angst macht und sagt, okay du musst das machen, damit du das bekommst, du musst das machen, damit du geliebt wirst, dann wird das auch in die Ehe mitgenommen und Frauen trauen sich bestimmte Sachen nicht zu machen, und den Punkt, den ich auch dann vermisse, vor allem, weil selbst in der Debatte, ja, gibt es sicherlich Punkte, die diskutieren sind, wie sie gemacht werden sollen, wie sie richtig gemacht werden sollen, wie sie richtig islamisch gemacht werden sollen und so weiter und so fort, aber was ich schade finde, ist eben diesen Punkt, den wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, dass es ignoriert wird und dadurch eben gar kein Angebot dasteht, weil umgekehrt, ich kann verstehen, woher diese Peinlichkeit rührt, dann gibt man anderen Leuten vielleicht Futter für Diskussionen und Vorwürfe und all das Ganze, aber man kommt nicht aus diesem Teufelskreis heraus zu sagen, hey, wir haben die Lösung, weil das ist ein quasi inneres Problem und jeder kann dann mit verschiedenen Angeboten letztendlich kommen, die dann qualifiziert aber sind und aber auch darauf aus sind, zumindest, ja, gewisse Grundbedürfnisse, die zweifelsfrei eben aufrechterhalten werden müssen, die dahingehend zu helfen und es ist, glaube ich, auch und dann hast du es jetzt eben auch schon erwähnt, ja, diese tiefgreifenden Punkte historisch gesehen wahrscheinlich, ich glaube dann, also mache ich wahrscheinlich einen Fass auf, wo ich nicht viel zu sagen habe, ich kann mir gut vorstellen, diese ganze, das ganze letzte Jahrhundert, ja, das 20. Jahrhundert mit der Kolonialpolitik und all diese Sachen, die dann passiert sind und quasi diesen Einfluss auch genommen haben in unsere innerislamische Kultur, die du dann mit einer Migration verknüpfst und dann mit neuen Zuständen und mit einer neuen Gesellschaft und all das Ganze, das ist so, habe ich zumindest das Gefühl, das ist so ein, wenn du so einen Kopfhörer hast in deiner Tasche, das ist so völlig verknotet, so und Stück für Stück jetzt so diese, sagen wir mal hoffentlich die Generation, die jetzt kommt, die entknotet das so Stück für Stück, sodass das wieder so eine klare Linie hat, mit der man nach vorne gehen kann, weil ich finde auch gerade diesen Punkt, dieses Selbstbewusstsein und nicht sich dafür schämen im Sinne von, oh mein Gott, eigentlich würde ich gar nichts damit zu tun haben, sondern zu sagen zu können, okay, da ist ein Fehler und jetzt korrigiere ich den, ist doch was Grundessentielles auch in unserer Religion, ich meine, wir haben ja nichts anderes, wir haben eben, wir sagen doch die Tauber, wenn man einen Fehler macht, das ist ja gegeben, dass wir Fehler machen, das heißt der Mensch, aber was uns ausmacht oder was uns, glaube ich, kennzeichnet, ist eben diese Tradition zu sagen, ich erkenne meinen Fehler und ich korrigiere meinen Fehler oder zumindest ich versuche, meinen Fehler durchgehend jetzt zu korrigieren und wenn ich wieder hinfalle, dann erkenne ich wieder meinen Fehler und versuche es wieder zu korrigieren, offen, ehrlich und transparent mit sich selbst auch vor allem und dann umso mehr, weil das sind ja, wie gesagt, immer noch die privaten Sachen, die einen persönlich beschäftigen, aber dann umso mehr und umso strikter, wenn es, ich meine, ein Konflikt zwischen zwei Personen ist, auch außerhalb der Ehe, auch außerhalb des Hauses, das ist so, das wirkt so für mich, wir haben all die Regeln, wir haben all die Checklisten und wie gesagt, der Geist ist einfach weg, so und das, womit die Hülle gefüllt ist, ist plötzlich was anderes, es ist wie als würdest du in den Supermarkt gehen und ich weiß nicht, du hast gerade richtig Lust auf eine Packung Schokolade, Chips oder irgendwas und plötzlich ist da Gemüse, also nichts gegen Gemüse, Gemüse ist lecker, keine Frage, aber es ist was ganz anderes plötzlich drin, ist paradox, und sehen wir leider, das empfinde ich so, ein Teil der Gesellschaft und zwar die Hälfte der Gesellschaft, die die Frau ausbildet, die nächsten Generationen quasi auch erzieht und auf die Welt setzt, maßgeblich, dass wir dort einfach unsere Zukunft extrem gefährden, finde ich persönlich, weil wenn ich schaue historisch, all diese Namen, glorreiche islamische Figuren, die wir haben, man braucht nicht weiterschauen und man sieht, dass da plötzlich eine Frau ist, die das meist ermöglicht hat oder zur Seite stand, um diese Sachen auch zu ermöglichen, unabhängig mal von den Frauen in der islamischen Geschichte, die sowieso plötzlich irgendwie ausradiert worden sind in unseren Erzählungen und all das Ganze und plötzlich gar nicht mehr in den Vordergrund stehen, ist das so ein schwieriges Thema. Also es ist echt ein schwieriges Thema. Ich weiß, als wir den Verein gegründet haben, ich war ja vorher in verschiedenen Gemeinden, dann habe ich natürlich auch von meiner eigenen Community, muss ich auch so zugeben oder sagen, auch wenn es nicht angenehm ist, immer erst mal von einigen, nicht von allen, aber von einigen, vielen Menschen gehört, oh Gott, jetzt wird die auch noch feministisch. Das ist, glaube ich, das Letzte, dass ich als Frau, als Mutter, als Ehepartnerin Frauen trennen will, sondern eher gucken will, wo gibt es Probleme und wo kann man helfen und Alhamdulillah, mittlerweile haben auch die Communities das verstanden, nach zwei Jahren Arbeit und auch, vielleicht hat es auch diese Zeit gebraucht, ist auch in Ordnung. Dadurch lernt man ja auch viel durch diese ganzen Botschaften, so gehe ich an die Sache ran, dass sie gemerkt haben, okay, worum geht es hier und mich unterstützen, das finde ich ganz toll. Es sind einfach diese Ängste da, weil negative Sachen auch passieren in unserer Gesellschaft, dass die Leute erst mal denken, oh Gott, was passiert denn da? Einerseits habe ich Verständnis, aber andererseits hat mich das auch traurig gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, ihr kennt mich schon so lange, ich mache das seit Jahren, diese Arbeit, diese ehrenamtliche Tätigkeit, das kann ja nicht sein. Du hast ein wichtiges Punkt angesprochen, Lösungen zu finden, natürlich, aber ich würde jetzt nicht mir anmaßen zu sagen, ich finde überall Lösungen. Ich denke, es ist einfach gut, dass es diese Möglichkeiten es gibt und diese Möglichkeiten der Hilfe, der Unterstützung wollen wir schaffen oder möchte ich als Beraterin auch anbieten und wenn wir dann von zehn Leuten, weiß ich nicht, dreien oder fünf oder wie viel auch immer helfen können, ist es schon eine Riesenhilfe, denke ich. Und wegen unserer Religion und so, ich glaube, wir dürfen, wir können das auch andersrum sehen, es wird immer als so Hindernis oder beziehungsweise das Entschuldige mit der Religion. Man kann ja auch die Religion als Ressource nutzen und nehmen und halt die Menschen unterstützen, wie schön unsere Religion ist, was für Frauen es gab und Profiltenzeiten, was für Vorbildfrauen es gab und ich glaube, das ist auch nochmal ein Beispiel, wo man viel Leute mitnehmen kann, ermutigen kann und auch zu erklären, das passiert überall, es ist nicht schlimm, sage ich mir in dem Sinne nicht schlimm, weil das Tier passiert oder du bist nicht alleine, dass man darüber mehr redet und den Frauen zeigt, dass sie nicht alleine sind. Viele Frauen denken, oh Gott, das passiert mir und ich habe Schuld. Ich glaube, es ist deshalb auch nochmal wichtig, in unseren Communities darüber zu reden, offener darüber zu reden und dass man einfach dieses Beschämende und das Peinliche so ein bisschen zur Seite packt und Vertrauen und Hoffnung hat oder auch Kraft schöpft und sagt, okay, ich gehe ja zu jemandem Professionelles und versuche jemandem, dem ich mich anvertraue, auch meine Sorgen zu sagen. Es kann auch sein, dass man vielleicht, also was ich sehe oder hoffe auch bei manchen, bei manchen habe ich das gesehen aus Erfahrungen, dass man frühzeitig interveniert und sagt, okay, wie kann man da helfen, bevor es zu Gewalt kommt, wenn jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen verbale Gewalt ist und derjenige sagt, ich komme an meinen Grenzen, das hatte ich auch einen Fall, dass ein Mann mich angerufen hat und gesagt hat, ich bin an meinen Grenzen, weil diese, diese, diese Situationen gerade sind und ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme und ich habe Angst, dass ich gewalttätig werde, also körperliche Gewalt meinen Partners und ich glaube, das ist ein riesen Erfolg, wenn der Mensch erstmal diesen Schritt geht und sagt, okay, ich helfe, ich hole mir Hilfe, erstmal das bewusst zu sagen und zu sagen, ich habe ein Problem und da beginnt das schon, wenn man aber nicht merkt, dass man ein Problem hat und gewalttätig ist oder aggressiv ist, kann man auch nicht viel machen und wenn derjenige es sich bewusst macht und sagt, ich habe ein Problem, es ist okay, es anzunehmen und dann dahingehend Lösungen, Unterstützungen zu suchen. Ich glaube, da beginnt schon die Unterstützung, also man muss nicht gleich Menschen körperlich Gewalt ausüben und dann ist es richtig so weit kommt, dass man aus der Situation nicht rauskommt, je früher, desto besser ist es, dass man da die Leute unterstützen kann. Also Mann und Frau. Ich glaube, das sollten wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen beibringen, dass man auch in der Ehe, auch wenn es passiert, dass man schnell eine Lösung finden kann. Und auch wird. Genau. Das finde ich schön, einer der hoffnungsvollen Verse im Koran, ich kenne ihn jetzt leider nicht auswendig, aber ist paraphrasiert, dass wenn Mann und Frau etwas lösen möchten, dass sie es können. Also das ist quasi eine Bestätigung von Allah SWT, eine Bestätigung von Gott, dass wenn es ein Eheproblem auch geben sollte, jetzt auch gar nicht was mit Gewalt zu tun hat, sondern allgemein, es kann ja auch sein, dass andere Formen von Eheproblemen vorhanden sind, dass wenn eine Lösung gefunden werden soll, weil beide wollen daran festhalten, dann kann das passieren. Das heißt, das ist quasi so eine Ewigkeitsbestätigung und dann ist es eben dieser Punkt, ob die beiden Seiten das eben wollen oder eben andere Probleme haben. Du hast einen schönen Punkt genannt und zwar dieses als Ressourcen nutzen die Religion. Also wirklich absolut, weil dass wir keine Fehler machen, das ist unmöglich. Deswegen sollte ja der Anspruch sein, nicht zu sagen, wir schaffen ein System oder einen Raum, wo sowas gar nicht passiert. Natürlich muss es so wenig wie möglich sein, um diese ganze Sache nicht schön zu reden, aber der Anspruch müsste doch an uns dann sein, wir sind die Community, wir sind der Raum, wo dieses Thema einfach entsprechend behandelt und das entsprechende Vertrauen geboten wird, um dagegen zu kämpfen und das empfinde ich zumindest, wenn man sich schaut auf die Geschichte des Propheten, mit welchen Problemen teilweise Leute zu ihm gekommen sind. Wenn man das mal heutzutage in einer Moschee machen würde, in einem islamischen Haushalt machen würde oder sonst wo, wer weiß, was da passiert, mehr oder weniger. Und diesen Raum einfach geschaffen zu haben, wo Leute sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt gerade ein Problem, aber ich weiß, dass wenn ich zu diesen Menschen in diesen Raum, in diese Moschee gehe, weiß ich, dass mir zumindest ein Raum geboten wird, wo ich mich wohlfühle, weil dort Leute sind, die nur das Beste für mich wollen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich würde es in Anführungszeichen stellen, also wir haben es schon, schon, also es ist nicht genug. Also ich würde jetzt nicht sagen, alle sind so, ich kenne auch Gott sei Dank, Alhamdulillah, auch Imame oder Personen in der Moschee, die dafür offen sind. Meistens fehlt es an Ressourcen, sie sind überfordert, weil ich denke, da ist die Professionalität auch wichtig, dass man die Gesetze weiß, was für Möglichkeiten, was auch psychisch, was das mit einem machen kann. Deshalb habe ich mich auch, oder mache ich es immer noch, bilde mich immer wieder weiter, weil immer wieder merke, oh Gott, das habe ich auch noch nicht gekannt, diese Version auch nicht. Und ich glaube, wir bräuchten auch in den Moscheen professionelle Unterstützung. Nicht der Imam, der schon tausend Sachen macht, der macht das nebenbei oder irgendein Ehrenamtlicher macht das. Ich habe das auch in der Moschee gemacht, ehrenamtlich, aber ich hatte das nicht gelernt. Jetzt ist es noch mal was anderes, wenn man das studiert und in dem Bereich arbeitet und irgendwas gemacht hat, sehe ich einfach die Unterschiede. Und es gibt, Gott sei Dank, Menschen, die sich öffnen. Es ist einfach nicht ausreichend. Es sind zu wenig Moscheen. Es sind zu wenig Menschen in unseren Communities. Also nicht nur Moscheen, auch in anderen Vereinen, Institutionen muss es auch öffentlicher sein. Manche sind ja nur Vereine und keine Moscheen. Ich weiß, dass es viele auch gibt, die darüber reden und das ist auch ganz toll, dass ich jetzt auch mit einigen Imamen sprechen konnte und die gesagt haben, okay, wir finden das wichtig, das Thema. Du kannst es bei uns in der Mosche ansprechen, was ich auch jetzt demnächst auch öfters in verschiedenen Moscheen anbringen werde, darüber reden, einfach sensibel zu machen, ganz niederschwellig die Leute sensibel zu machen, zu gucken, auch dem Nachbarn, nach dem Nachbarn zu schauen und gucken, wenn er Gewalt erlebt, dann bin ich da und kann sie unterstützen. Ganz viele Fragen, wie kann ich nämlich unterstützen? Einfach da sein und ein Ohr haben für die Menschen, dass die Menschen wissen, ich bin nicht alleine. Viele Frauen sind alleine, isoliert von dem Partner, die Gewalt erleben und haben gar keine Freunde mehr, also gar kein soziales Umfeld, weil das denen genommen wurde, damit sie nicht rausgehen und damit sie keine Hilfe bekommen. Leider gibt es auch diese Fälle. Deshalb ist es wichtig, dass man einfach guckt, was im Umfeld ist, dass man einfach ein Ohr hat und wenn was ist, dass man da die Leute unterstützen kann. Und mit dem Punkt kommen wir, du sagst eigentlich, an dem zurück, womit du angefangen hast und zwar dieses Konstant, dieses Bewusstsein einfach zu haben und auch mit deinem Bewusstsein in den Alltag und ins Leben zu gehen, weil auch bei dem Punkt Ressourcen, wir haben, denke ich mal, ausreichend zumindest Menschen in unserer Community, die theoretisch sich dahin gehen, jetzt, ob es jetzt eine Ausbildung ist oder für jemanden da sein ist, aber allgemein aktiv sein könnten und eine aktive Rolle in der Gesellschaft haben könnten und dementsprechend auch bewusst in der Gesellschaft sein könnten, die es, glaube ich, noch nicht sind und die gerade so Stück für Stück aktiviert werden, sodass dann auch mehr und mehr die Qualität irgendwann mal steigt und das ist, glaube ich, die Abschlussfrage und auch immer so ein, sag ich mal, so ein Punkt in diesem Podcast ist, dieses, das bewusst zu machen, dass jeder eben eine Rolle einnehmen kann, ob das jetzt in diesem Bereich ist, in anderen Problemfällen, in anderen, wie auch immer das ist, aber dieses Aktivsein in der Gesellschaft selber, weil man irgendwo eine Verantwortung hat, das ist zumindest meine Sicht aus der Religionsperspektive, ja, dass man irgendwo ein Investment bekommen hat, man hat Zeit, Gesundheit, Jugend, Energie und all das Ganze und die Frage ist, wo ist das reingeflossen? Wenn man das wieder aufnimmt, glaube ich, entstehen dann automatisch mehr und mehr Räume und mehr und mehr diese Atmosphäre, wo man sich denkt, hey, wir sind doch eigentlich am Ende des Tages alles Leute, die einen positiven Effekt und nur was Gutes füreinander wollen und dementsprechend kommen dann ja diese ganzen Lösungsansätze irgendwann mal auch von selbst, genau und du hast es halt am Anfang nur erwähnt gehabt, dieses Bewusstsein eben zu haben, selbst als jemand, der jetzt Gewalt erfährt oder ausübt und jetzt auch natürlich die Personen drumherum entsprechend dort zu unterstützen, weil ich glaube, da fängt es dann an, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, ja. Also das Bewusstsein zu haben und ich glaube mittlerweile, wenn ich immer wieder in diese Situation komme, ist das eine unserer Pflichten als Muslime, gesellschaftlich, dass man einfach, wenn man diese Sachen mitbekommt, einfach nicht weggucken sollte und wenn man sagt, das ist auch ganz oft, dass die Leute sagen, ich habe keine Ahnung davon, wie kann ich denn unterstützen, wenn ich nicht Bescheid weiß oder wenn ich nicht professionell damit arbeite, dann weiterleiten an Netzwerke, an Beratungsstellen, also man muss nicht immer irgendwie sofort handeln mit irgendwas, es ist auch etwas sozusagen, dass man was tut mit dem Handeln, dass man sagt, okay, ich kann hier nicht helfen, aber ich leite es weiter, das ist ja auch schon etwas getan und ich glaube, deshalb ist das jedermanns Pflicht oder jeder Frau's Pflicht, zu sagen, wenn ich ein Problem sehe oder wenn ich Gewalt sehe, zu gucken und nicht wegzugucken und hinzuschauen und zu gucken, wie kann ich meinen Part machen, wie kann ich helfen als Mensch, als Muslime oder als Muslima in unserer Gesellschaft und ich glaube, egal, wer das erlebt, das ist in unserer Pflicht, dass wir den Menschen da auch unterstützen. Das ist doch mal ein schönes Abschlusswort, mit dem ich sozusagen jetzt das Ende einleiten würde. Ich danke dir wirklich vielmals, Gülen, für das Gespräch und auch teilweise, wie gesagt, für die erschreckenden Fakten und wie viel zu tun ist, aber umgekehrt dann das zu nutzen als positiven Anstoß, dass wir eben, wie du es gesagt hast, alle irgendwo etwas Besonderes sind und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind und dementsprechend auch aktive Rollen in der Gesellschaft auch sein können, auch für dieses ganz wichtige Thema. Deswegen danke ich dir vielmals, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bin mir ziemlich sicher, dass deine Lernreise, auch wenn du jetzt dein Bachelor-Früh zu Ende gemacht hast, niemals aufhören wird. Deswegen hoffe ich auch, dass dir immer viel Wissen und Weisheit da weiterhin geschenkt wird und hoffentlich ist das auch so allgemein ein Anstoß und diese ersten Schritte, womit dann die anderen Generationen, die nächsten Generationen kommen können und darauf aufbauen und weiter aufbauen. Das ist auch meine Hoffnung. Ganz lieben Dank, viel Kraft für euch und ja, macht weiter, es ist echt eine tolle Arbeit, was ihr macht. Ich danke dir vielmals. Und dann Salam an alle. Aleikum Salam. Salam auch von mir. Ich danke dir.